Guten Tag, hier bin ich wieder mal. Ich weiß gar nicht, wo ich bin, aber ich denke, ich bin mal wieder im Bett. Kann es sein, dass die Zuwanderung Illegaler aus der Türkei ein gezielter Kriegseinsatz gegen Europa ist? Und installiert von islamischen Ländern mithilfe der amerikanischen Gelder, Infrastruktur, kann das sein, dass wir da unten Kriegsschiffe, Kriegsschiffe runterschicken sollten, die unsere europäischen Außengrenzen kontrollieren und etwaige Migrantenströme gezielt durch die türkische Armee und Polizei zugelassen, hindern, europäisches Territorium zu betreten. Wozu gibt es Frontex? Und könnte man nicht Beschwerde einlegen beim Hauptzentrum der NATO und die Türkei verwarnen wegen Kriegshandlung gegen die europäischen NATO-Verbündeten? Oder könnte man nicht ganz einfach ein europäisches Verteidigungsbündnis bilden? Und Gesamt, Gesamt-Europa sollte aus der NATO, die im Prinzip ja ein amerikanisches Produkt ist, ein amerikanisches illegales Kriegsprodukt, was Angriffskriege zugunsten der amerikanischen Wirtschaft zelebriert. Mithilfe der aggressiven Franzosen und Engländer, das ist ja nun mal bekannt, dass die immer schon durch Kolonien aggressiv waren. Und die Folgen ihrer Kolonialstrukturen wollen sie ja nicht. Nein, wollen sie nicht. Ich muss noch mal gucken, wie lange wollte ich ja nicht aufnehmen. Fünf Minuten. Ja, wir bleiben fünf Minuten. Also über fünf Minuten gehen wir nicht. Das ist mir ja gerade durch den Kopf gegangen, dass wir in der Türkei, das ist nicht das, was Muttis Söhnchen toll findet. Und das ist auch nicht so toll, was der Deutsche nicht so toll findet. Und auch der Europäer nicht, dass da irgendwelche Rotten-Totten in Anführungsstrichen in die Länder einströmen. Schlecht gebildet, gesundheitlich schlecht behandelt. Bringen sie Seuchen, bringen sie Dummbatzen von den Söhnen von Brot ins Land, die sich hier benimmt. Das wäre sie hier, der Elefant Porzellanladen. Und das ist ja nicht gegen Ausländer, sondern das ist etwas gegen diese Brut des Islams. Und ich spreche von Brut, ich spreche von ihren Ablegern, die sie ganz gezielt benutzen, um vielleicht alte Geschichte, die Hauhau, die sie bekommen haben von Katharina in Spanien, Hauhau, die sie bekommen haben vor Wien, um die vielleicht auszumerzen. Und wieder das große Kalifat Erde, die ja nach vielen Imanen immer noch eine Scheibe ist. Weil wenn man eine Kugel wäre, würden ja die Fluchtzeuge auf der anderen Seite runterfallen. Also das geht ja gar nicht. Die müssen dann in den Himmel fallen. Das geht ja gar nicht. Kann man im Internet finden. Irgend so ein Schwachmat von Imanen hat eine Rede gehalten. Ja, und das sind unsere Zufallendäume. Ich möchte jetzt hier nicht gegen Migranten reden und möchte auch nicht gegen mich selbst reden, sondern ich möchte jetzt ganz einfach auf den Knopf drücken und sagen, es reicht.